Yo Leute, was geht? Freunde, vertraut niemals dem Smiley Man. Bro, kannst du mal bitte aufhören, so komisch zu gründen? Bist du der Joker oder so? Auf jeden Fall, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr auf jeden Fall mehr solcher kleinen Horror-Games haben wollt in GTA 5, wollte ich sagen. Nein, falls ihr auf jeden Fall mehr solcher Spiele haben wollt und Leute, drückt gerne auf den Abo-Button. Ich würde sagen, Bro, hör auf mich so anzugucken, ich guck dich nämlich genauso an. Also, wir legen los, wir gehen ins Spiel. Ich hab Bock. Oh, und wir starten direkt mit so einem Fernseher. Alles klar. Und, äh, ja. Okay. Oh, okay, Leute, das war nur das Intro. Uh, die Musik, Alter. Oh, yeah, Alter, das ist nice. Solche Musik feiere ich extrem. Ich habe eine Angewohnheit, alles nachts hinter mir zu lassen. Ja, manche sagen, mein Hobby ist ein bisschen merkwürdig. Und dann entschied ich mich, in den Supermarkt zu gehen, ein bisschen einzukaufen fürs Abendessen, mitten in der Nacht. Aber diese Nacht habe ich dem Bösen direkt ins Gesicht gesehen. Es war eine schreckliche und gruselige Erfahrung. Es war 2 Uhr morgens. Ha, immerhin war es nicht 3.33 Uhr nachts. Haha, okay. Okay. Und so beginnt die Geschichte. Oh mein Gott. Okay, Leute. Also, es sieht so aus, als wären wir tatsächlich, weil ihr habt diesen Fernseher im Intro gesehen. Wir sind also in einem Fernseher und, oh mein Gott, laggt das nur bei mir so weird? Oder ist das normal, dass das so laggt? Ich glaube, das ist normal, ja. Das soll so diesen alten Fernseh-Vibe geben. Vor allem auch, Leute, diese Büsche. Warum bewegen die sich, als wären die irgendwie quallen? Puh, alles klar. Also, ihr habt nichts Besseres zu tun, als in Minecraft, das sieht halt einfach aus wie Minecraft, einfach in den Supermarkt zu... Oh, was ist das für ein Zettel? Äh, hallo? Ähm, er schaut dich die ganze Zeit an. Auch, wenn du im Bett bist. Jederzeit. Auch, wenn ich auf Toilette bin. Bro, ich will nicht, dass Leute mir anders schauen, wenn ich gerade auf Toilette bin. Nein, ey. Was bist du für ein creepy Dude? Bro, das ist echt nicht nett. Hallo? Und von welchem Typ redet ihr überhaupt? Ich sehe hier keinen. Wo ist er denn? Ah, oben steht, Leute, go to the market. Wir sollen jetzt also in den Supermarkt gehen. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Alles klar, Leute. Scheint alles relativ dunkel zu sein. Ich glaube, ich muss mit Taschenlabe rausgehen. Aber ja, äh, ist ein ganz normaler Tag, Leute, in der Minecraft Village. Ja, Hero Brian wird uns nicht holen kommen. Wer aber dieser Smiling Man ist, ich weiß nicht. Ähm, warte, wo ist der Supermarkt? Bin ich überhaupt in der richtigen Richtung? Wait, I'm too tired to run. Ah, ich wollte gerade loslaufen und ich kann gerade nicht loslaufen. Na gut, äh, wir gehen mal in die andere Richtung. Vielleicht ist da ja der Supermarkt. Hallo? Oh, das Spiel lässt mich nicht weiterlaufen. Okay, wir sind schon in der richtigen Richtung. Hallo, kann ich auf die Straße? Nee, Transanten dürfen nicht auf die Straße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, ich werde beobachtet. Hallo? Wer ist hier? Smiling Man. Hehe. Joe. Hey, da ist noch ein Zettel. Joker. Lass dich nicht von seinen Ausdrücken reinlegen. Seine Gefühle und seine Bedürfnisse sind anders. Ja, okay. Alles klar, Bro. Ähm, kann mir jetzt... Hey, da ist er ja. Hey. Alles cool, Bro. Hey. Hast du schon was von diesem Smiling Man gehört? Bro? Hallo? Jemand an der Leitung? Internet Explorer da? Nein? Na gut. Alles klar, Bro. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ey, pass auf. Hier ist dieser komische Smiling Man, der läuft hier rum. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, der redet nicht mit mir. Das ist ein weirder Typ. Hey, Blumen. Nice. Die ersten Blumen, die ich sehe, Leute. Ich meine, das ist eine schöne, ruhige Nachbarschaft. Aber ich muss sagen, dieses eine flackernde Licht, ne? Ihr kennt das. Jeder kennt das. Wehe, es flackert nur ein einziges Licht. Na gut. Wir sind gleich, Leute, beim Pennymarkt angekommen. Willkommen dann zur neuen Pennymarkt-Doku. Einmal frische Rosinenbrötchen holen, ne? Sehr empfehlenswert. So, wo ist denn das? Hä? Bin ich in der richtigen Richtung? Hey, hier endet die Straße schon. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht. Warum ist das so dunkel hier drin? Leute, es wird immer dunkler. Ich sehe kaum was. Jetzt sehe ich langsam was. Ist das eine Telefonzelle? Bro, wo bin ich hier? Ist das der Supermarkt? Oh mein Gott. Alter, es ist ja so dunkel. Ich sehe kaum was. Naja. Ja, wir sind richtig, Leute. Ja, Mann. Wir sind endlich angekommen. Nice. Zum Glück hat der Pennymarkt auf 24-7 auf. Okay. So, dann gehen wir mal rein, Leute. Und jetzt sind wir drin. Oh mein Gott, Alter. Der Laden sieht ja echt fresh aus. Was habt ihr hier alles? Äh, ja. Könnt ihr durchdenken, was das Ganze ist? Äh, sind das... Also, Chips, Tüten, Kellogg's, Milch, Butter. Ey, ich kann damit interagieren? Wie? Ich kann damit interagieren? Wait. Shop at the Market. Ah, ich habe was ausgesucht. Ja, ich hätte gerne natürlich die Rosinenbrötchen. Äh, und ein bisschen Milch. Und vielleicht auch Butter. Äh, ja, Käse. Bloß ein Gesicht, Alter. Es sieht aus, als hätte ihm jemand einfach so einen Stempel aufs Gesicht gesetzt. Oh. Oh, ja, Alter. Die Musik bräuchte ich mehr. Das würde einen beruhigen. Ja, Mann. Danke, dass Sie die Musik aufgedreht haben. Sie sind echt ein netter Verkäufer. Alles klar. Okay, 1,81 Dollar. Cool. Dann bezahlen wir mal eben. Wow. Die Preise hier sind immer noch gut. In dörflicher Lage. So. Haben wir schon mal bezahlt. Okay, Leute. So. Wir haben die Rosinenbrötchen und die Milch. Und, äh, oh. Warum ist das so laut gewesen? Und wo kommst du her? Ey, Mister. Dieser Smiling Man ist hier. Passen Sie auf. Hey. Sie haben so ein ähnliches Lächeln wie der Smiling Man. Sie sehen fast so aus wie der Typ vom Intro Screen. Schon komisch. Naja, alles klar, Bro. Äh. Bro. Kannst du auch für dich so weird umzudrehen? Ey. Du weißt schon, wenn du einkaufen willst, dann kannst du dich einfach nur umdrehen. Also, hier. Ich zeige Ihnen die Tür. Da geht's lang. Da. Da ist die Tür. Der Laden hat nur noch 5 Minuten auf. Also, ich würde mich an Ihrer Stelle beeilen. Verstehen Sie das? Oh. Weiter. Man kann durch den Durchlaufen. Ich bin nicht ein Geist. Woo. Ey. Woo. Ist das Ihr Auto? Nicer Wagen. Alles klar. Ich muss dann jetzt nach Hause. Verstehen Sie? Ähm. Wir sehen uns dann morgen oder vielleicht auch gleich. Komischer Dude, Alter. Ja. Hör auf, dich umzudrehen. So. Wir gehen jetzt nach Hause, Leute. Das sagt uns nämlich das Aufgabenbrett. Go home. Alles klar. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Woo. Okay. Let's go, Alter. Here we go. Ah, Junge. Oh, das Telefonhaus. Sind wir in London? So. Alter. Es ist so dunkel, ne? Vorsicht, dass hier keine Bären sind. Hey. Wer ist das da hinten? Moment. Das ist doch der gleiche Typ. Wait. Warst du nicht gerade hinter mir? Okay. Moment. Lass mich mal kurz checken, ob es das der gleiche Typ ist. Weil, wenn er da ist, wie hat er mich gerade überholt? Warte. Ich gehe nochmal zurück, Leute. Ich laufe nochmal zurück. Ah. Ich kann immer noch nicht laufen. Ich gehe mal kurz zurück. Wenn der Typ jetzt nochmal da ist, dann gibt es zwei von denen. Nein. Der ist halt weggegangen, Leute. Das war wirklich der Typ. Okay. Also, er kann sehr schnell laufen, wie ich gerade gemerkt habe. Und es ist nicht sein Auto. Weil sonst wäre er mit dem Auto nach Hause gefahren. Das Auto steht immer noch da. Gehört, glaube ich, dem Mitarbeiter. Okay, Mister. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Okay. Um, dann gehen wir jetzt nach Hause. Das ist alles, was wir tun müssen, ne? Einfach nur nach Hause gehen. Das ist alles. Okay. Was soll schon passieren? Ich meine, keine Ahnung, Bro. Vielleicht ein Jumpscare, der gleich kommt. Alter, dieses Haus sieht ja genauso aus wie in Minecraft. Kann es sein, dass der Typ das einfach in Minecraft gebaut hat? Das sieht wirklich so aus wie in Minecraft. Voll nice. Na gut. Alles klärchen. La 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 la. Leute, ich versuche mich mit Musik ein bisschen abzulenken. La 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 la. Äh, wo ist mein Zuhause? Ist das mein Haus eigentlich? Wo war... Bro. Ist der Müll einmal schon immer da gewesen? Ich weiß nicht, ob der Müll einmal schon vorher war, aber dieses schlackernde Licht, Bruder. Das macht mich einfach kirre. Ich bin zu müde zum Laufen. Ja, dann lauf nicht. Dann lauf nicht. Wir sind gleich da, Leute. Let's go. Here we go. Du schon wieder. Ich sag's dir, Alter. Sei vorsichtig. Hier ist dieser Smiley-Man. Okay? Wait. Ist der Zettel genau an der gleichen Position? Er war vorher da. Der war... Der war vorher vor meiner Treppe. Ey, Mister. Sind Sie ein Zombie? Oder... Es sollte... Ich sollte lieber nicht zu nah kommen. Bro, warum? Der ist doch ein netter Dude. Ich meine, das sieht nur ein bisschen creepy aus. Ich sollte ihm nicht zu nah kommen. Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt einfach nach Hause. So. Ja. Ich weiß. Er guckt mich an. Ich gehe jetzt nach Hause. Ist das in Ordnung für Sie, Mister? Yes. Okay. Let's go. Wir haben es geschafft. Oh nein. Nacht Nummer zwei. Warte mal kurz. Willst du es mir gerade... Moment, Moment. Leute. Eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum gehe ich jetzt am nächsten Abend noch einmal einkaufen? Hätte ich das alles nicht an einem Tag erledigen können, muss ich jetzt nochmal durch diese Nacht laufen? Ist das dein Ernst? Ey, ich glaube es nicht, Alter. Wer kauft denn hier nur für einen Tag ein? Ich weiß, die Rosinenbrötchen waren lecker, aber ich will jetzt... Ich muss jetzt... Meine Güte. Okay. Okay. Das haben wir schon gesehen. Genau. Er schaut mich die ganze Zeit an, auch wenn ich im Bett bin. Natürlich. Alles cool. Auch wenn ich ein bisschen wrestle. Hey, da ist der Typ. Broda. Ey. Ich soll nicht... Alles mit ihm in Ordnung? Er sieht ein bisschen anders aus, oder? Na gut. Dann gehen wir jetzt eben in den Supermarkt. Leute. Ich weiß nicht. Das ist ein weirder Typ. Wirklich. Ein ganz, ganz weirder Typ. Aber gut. Was passiert jetzt? Hallo? Hallo? Ey. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Nein, 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 nein. Hey. 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 Hey, Mister. Alter. Oh mein Gott. Ah. Meine Haut kribbelt, Digga. Nein. Ey. Bro, sie können auch gerne ein bisschen schneller kommen, aber ey. Wenn du jetzt einen Jumpscare machst, dann... Nein. Oh mein Gott. Leute, was passiert jetzt? Hilfe. Äh. Ähm. Mister? Was möchtest du? Was willst du von mir? Oh. Oh, ja. Okay. Er ist weg. Alles klar. Alles gut. Er ist weg. Na gut. Leute. Entspannt, Digga. Entspannt, Alter. Ich soll immer noch in den Supermarkt. Natürlich. Weißt du? Ich glaube, an dem spätestens Punkt, spätestens an diesem Punkt hätte ich gesagt, Bro. Nee. Nee, Digga. Da hätte ich keinen Bock mehr. Da hätte ich wirklich keinen Bock mehr. Das gibt's nicht, Alter. Oh mein Gott. Ähm. Leute. Ist er da gerade hinter mir her? Egal. Ich bin hier safe. Ah. Alter, warum kribbelt meine Haut, Digga? Was? Er läuft da hinten hin. Er ist da hinten hin gelaufen. Puh. Leute, wir sind safe. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Ich glaube, der ist abgehauen. Der Typ ist schnell. Warum ist er vorher so langsam gewesen? Ach so. Also ich soll jetzt in den Supermarkt gehen? Natürlich. Genau da. Wo der Dude gerade war. Hm. Alles klar. Na ja. Leute, war schön, euch kennengelernt zu haben. By the way, falls euch das Video gefallen hat, müsst ihr lasst einen Like da. Lasst einen Like da, Leute. Und der Smiling Man kommt nicht zu euch nach Hause. Und lasst ein Abo da, weil sonst kommt er erst recht nach Hause. Oh. Nein. Oh mein Gott. Wait. Wow. Oh nein. Nein. Hilfe. Bro, Alter. Ich laufe rückwärts genauso schnell wie der vorwärts. Hilfe. Okay. Was machen wir jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das da, Leute? Ey, bist du da? Alles gut bei Ihnen? Bruder. Ich will jetzt in den Supermarkt. Cool. Alter, ein kleiner morgendlicher Spaziergang. Natürlich, Bruder. Natürlich. Ey. Okay, Freunde. Wir laufen jetzt in den Supermarkt. Schnell. Come on. Ich hätte ein Auto nehmen sollen. Warum habe ich kein Auto? Okay, da ist der Supermarkt. Gleich rein. Rein da, 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 rein da. FBI open up. Nein. Nein. Ähm. Äh, 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 Leute, war das der Typ? Ähm, ja, kann das sein, dass der das war? Ähm, mir ist das gerade gar nicht aufgefallen, dem Kassierer geht's ja gar nicht gut. Was ist denn mit Carsten los? Ähm, oh, ich soll mit ihm interagieren. Äh, äh, ich weiß nicht so, Alter, ich weiß nicht so richtig. Äh, äh, na gut, ähm, wait, was ist das hier? Ein Schlüssel? Oder ist das, ist das ein Messer oder ein Autoschlüssel? Ich habe irgendwas aufgesammelt. Typbox, kannst du wieder Musik spielen? Komm, fügen wir einfach mal ein bisschen Musik ein. Yeah, so ein bisschen Musik ist gut. Okay, warte mal, ich gehe mal kurz raus. Ähm, ich weiß nicht, ob der Typ da noch ist. Oh mein Gott. Hä? Ich laufe automatisch? Warum laufe ich denn automatisch? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ähm, der Typ hat mich fast geholt. Alles klar. Wir schauen uns den Typen an, Alter, dem Arm, Alter. Der Arme. Hä? Nein, der kommt hier rein! Nein! Ah, Mann, Alter. Er hat mich geholt. Bad Ending? Es gibt mehrere Enden? Was ist denn das gute Ende? Wir haben den Schlüssel aufgesammelt, Leute. Vielleicht können wir mit dem Schlüssel irgendwo reingehen. Ich muss das jetzt nochmal von vorne spielen, oder? Ja. Okay, Leute. Ich starte dieses Spiel jetzt tatsächlich komplett von vorne. Und jetzt muss ich herausfinden, was können wir machen, um das gute Ende zu triggern. Hier ist auf jeden Fall das Auto. Wir haben ja diesen Schlüssel gesammelt. Wir gucken mal nach, gleich in Ruhe, was dieser Schlüssel eigentlich macht. Okay, Leute. Wir sind jetzt an der Stelle, wo der Smiley Man oder der Smiling Man mich verfolgt. Und zwar war das genau an dieser Wand, Leute. Wenn wir jetzt versuchen... Ach, komm, wir laufen einfach, Leute. Let's go. Lauf! Oh, schnell! Oh, nein. Oh, mein Gott, Alter. Bruder! Okay. Junge. Woo! Ja, Mann. Woo! Endlich zu Penny. Okay, Leute. Wir dürfen nicht mit diesem Mann interagieren, denn sonst... Alter, dieses Klopfen, ne? Ich hab gerade wirklich gedacht, hinter mir klopft's. Warte mal kurz. Ich muss mal gucken, ob da wirklich nicht jemand ist. Hallo? Okay, ist doch alles safe. Nein, ich bin dead. Moment mal kurz. Wie, ich bin tot. Hä? Warte mal. Ist das der Typ? Bro, der verhält sich heute aber ganz merkwürdig. Wie ist das passiert? Ist der einfach in eine... Der ist hier einfach reingekommen. Hä? Ich hab das... Oh, mein Gott. Ich hab das gerade gar nicht gecheckt. Wie hat er mich denn gerade erwischt? Ich war gerade da, da und... Leute, ist das Smiling Man real? Let's go! Okay, wir verschwenden keine Zeit, Leute. Wir gehen hier rein, sammeln den Schlüssel, warten ab. Nein, ich mach die Tür nicht auf. Wenn's zweimal klopft... Ich kann jetzt mal nicht raus. Wait, ich... Ich kann gerade immer noch nicht raus. Ich bin doch gerade rausgegangen. Ich hab den Schlüssel. Oh, jetzt kann ich raus. Okay, und jetzt... Oh, mein Gott. Oh! Wait. Ich muss den Wagen zweimal starten. Ja, Mann. Ihr habt's geschafft, oder? Haben wir's geschafft? Leute, bitte sagen mir, wir haben's geschafft. Komm, please. Yes! Leute! Wir haben das gute Ende freigeschaltet. Wir sind dem Smiley Man entkommen in GTA 5. Wir waren in GTA 5. Wir sind ihm auf jeden Fall entkommen. Leute, war ein sehr nices Spiel. Ich muss sagen, es hat wirklich Atmosphäre gehabt. Falls ihr auf jeden Fall mehr solcher Spiele haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Smash den Like-Button. Abonniert den Kanal. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Heidi ist raus. Haut rein. Und ciao.